Hey, hallo zusammen, hier ist JG Ponsai, kurzes Video, kurzes Update, wenn ich schnell zeigen wollte, wie es bei uns aussieht, seit etwa einer Woche oder noch mehr, immer so, immer gefroren, immer rasch kalt, und jetzt wollte ich euch schnell zeigen, wie es meinen Bonsais geht, wie es meinen Outdoor-Bonsais geht, für das muss ich da ein wenig schnell laufen, ein Teil ist hier drinnen, ein Teil ist hier drinnen, alles mit Schnee, da sind die drinnen, die ein wenig winterresistenter sind, und da drinnen, da drinnen sind ein wenig mehr die Mimösen, hier drinnen, da kann man schnell schauen, ist ein wenig blöd mit dem Teilhahn, wenn man hier auftun, sieht man sie, da hinten sind alle meine Bonsais, es geht ihnen gut, die Temperatur ist, ist 0 Grad, perfekt, falls es extrem kalt würde, hat es hier eine Heizung, die springt dann an, wenn sie unter die Minose ist, und da kann es ein wenig luften, und das hier ist eine extra Blache, die die Unfallstrahlen durchlässt, aber das Wasser nicht, und dementsprechend kältet die Kälte auch nicht so, wie ihr seht hier, der Schnee bleibt schön oben drinnen, aber die Unfallstrahlen, die lässt es durch. Das ist ein kurzes Update meiner Bonsais-Bäume, und ja, bleibt dran, schönen zusammen, passet auf euch auf, schaut, dass ihr nicht rumrutscht, tschüss zusammen!